wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu meinem ersten video auf diesem kanal ich will euch meinen neuen kanal vorstellen das ist mein zweiter kanal auf meinem ersten kanal lad ich selbst produzierte beats und mucke hoch ich verlinke ihn mal für die interessenten ganz unten ja ich bin kein barca oder marcel scorpion also ihr braucht hier keine großartigen gameplays oder irgendwelche nukes oder so zu erwarten ich habe in meinem ganzen leben original noch nicht einen nuk erspielt jawohl wie gesagt ich mache das hier alles nur zum spaß auf dem kanal kommen hauptsächlich gameplays cod und ja worauf ich so bock habe vielleicht mal eine runde nhl weil fifa keine ahnung bin ich nicht so der freund von ich finde fußball kann man gucken aber weiß nicht zocken macht mir irgendwie nicht so spaß früher habe ich dann öfter mal gemacht aber irgendwie letzte zeit keine ahnung kein bock mehr drauf im hintergrund ist ein kleines gameplay von mir was sehr wahrscheinlich im live stream entstanden ist als waffe habe ich die farrow mit am start gehabt mit dem lv-visier schnell ziehen schnell feuer langer lauf die perks waren plünderer flinke hände und strahldämpfer ja und entstanden ist das gameplay auf der wundervollen map weg und da das ganze gameplay halt im live stream entstanden ist lektet an der einen oder anderen stelle doch schon immens da meine internet leitung leider zugegebenermaßen wirklich nicht die beste ist aber die 400k leitung ist nächsten monat mit am start für diejenigen die eventuell mal im live stream vorbeischauen möchten der link von meinem tisch account ist auch unten verlinkt und ja mein logo wurde von ming hat zu design das ist ein richtig korrekter dude der also der macht das professionell solche designs ist ein richtig korrekter man den verlinkt ich euch auch mal unten in der beschreibung vielleicht will ja der ein oder andere auch was die seien haben ihr könnt ihn einfach anschreiben richtig korrekter kerl ich hoffe mal dass ich hier auf dem kanal circa ein video die woche hochlade dass ich das schaffe ich zog übrigens auf der xbox one und auf der 360 call of duty technisch habe ich angefangen damals mit co2 davor hatte ich natürlich auch die playstation 2 playstation 1 nintendo 64 gamecube ich hatte eigentlich fast alles ich glaube mein erstes ego shooter spiel war damals killzone ich habe viel auf der 360 black ops 2 gegrindet ja dann habe ich mir dieses jahr dieses jahr erst die one gekauft und seitdem zog ich fast nur noch bo3 ab und zu mal infinite wie gesagt ich zog auf xbox nicht wie die anderen alle üblich auf der ps4 ihr könnt ja mal kommentieren wie euch das gameplay gefallen hat über ein abo von euch würde ich mich natürlich übertrieben freuen wäre richtig korrekt man wenn ich gleich aufgehört habe zu quatschen gibt es noch einen kleinen beat auf die ohren der von mir produziert ist ja und in diesem sinne adios motherfucker und auf wiedersehen ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020